So, an meiner Seite begrüße ich jetzt recht herzlich Dirk Niebel. Erst einmal herzlichen Glückwunsch zur Wahl. Dankeschön. Und ja, eine Frage ganz kurz und schnell. Was halten Sie denn von der Forderung von Gerhard Baum? Gerhard Baum hat in einer Zeitung gefordert oder auch im Fernsehen, soweit ich weiß, dass der Außenminister das Amt abgeben soll. Ich halte von solchen Forderungen überhaupt nichts. Sie sind im Parteitrag auch nicht gestellt worden, da wo die Delegierten von der Basis der Partei legitimiert sind. Herr Baum dagegen ist nicht legitimiert. Er hat aber eine bemerkenswerte Ausbeute seines politischen Mandates. Zwei Jahre Minister, 30 Jahre Talkshow und sich eigentlich immer nur gegen die eigenen profiliert. Ich glaube, das ist jetzt vorbei. Wir sollten jetzt mal in die Zukunft gucken und die Meldungen aus dem politischen Off müssen dann auch mal ein Ende haben. Dankeschön. Gerne.